Die Automobilbranche steht vor rasanten Veränderungen. Fahrzeuge entwickeln sich vom reinen Transportmittel zu Erlebniswelten mit bisher ungeahnten technologischen Highlights. Vernetzt, digitalisiert, über physische Grenzen hinweg kommunizierend. Neue Mobilitätskonzepte stellen Individualität, Effizienz und Ökologie in den Vordergrund. Wir bei Bühler Motor, einem agilen und flexiblen Familienunternehmen für Antriebstechnik, freuen uns darauf, diese Transformation begleiten zu dürfen. Wir sind mechatronische Antriebsspezialisten und die Applikations- sowie kundenspezifischen Auslegungen sind seit Jahrzehnten unsere Spezialität. Daher sind wir gerade jetzt der richtige Partner für unsere Kunden. In dieser hochdynamischen und herausfordernden Zeit bieten wir Lösungen für diverse Antriebsarten an. Produkte für den hocheffizienten Verbrenner und Diesel, für hybride Antriebsarten und natürlich auch für die Elektromobilität. Ein hochmotivierter Führungskreis und weltweite Teams arbeiten zudem aktuell bereits an der Strategie 2025 Plus, um die Kundenanforderungen von morgen leistungsstark zu bedienen. Denn so wie das neue Konzept der IAA das UND zwischen der Automobil- und Mobilitätsbranche ankündigt, verbinden wir Historie mit Innovation. Our passion sets your world in motion.